Hallo Masters-Fans, liebe Masters-Gemeinde, herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe von Giganten, das Fan-Magazin. Euer inoffizielles Magazin rund um die Neuigkeiten unserer Helden von Eternia. Ja, auch der neue Monat, der verheißt teuer zu werden, denn es gibt eine Menge Neuigkeiten, die ich euch gleich hier komprimiert zusammengefasst hier vortrage. Aus den Bereichen Origins, Masterverse, es gibt Comics, es gibt Statuen von Mondo und Twitterhead und ja, haltet euren Stift bereit, schreibt es euch auf, was ihr gerne haben möchtet und da legen wir nun los mit den Neuigkeiten für den Februar. Und da beginnen wir sofort mit einer richtig tollen Neuigkeit, denn Mattel hat bekannt gegeben, dass man ab dem 16. Februar, 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit, eine Vintage Origins-Figur vorbestellen kann. Denn Rockon, ja, der Felsling Rockon, kann man bei Mattel Creations bestellen. Bis zur Aufzeichnung dieses Videos stand leider nicht fest, a, wie viel darf jeder maximal bestellen? Die zweite Frage, ist es ein Made-to-Order-Prinzip oder ist es wirklich eine limitierte Figur? Das heißt, wenn sie online ist, dass sie ein gewisses Kontingent haben. Das weiß man bei Mattel ja nie. Wie hoch ist das Kontingent? Ja, das ist immer, denn steht da limitiert und Limitierung ist natürlich dehnbar, aber meistens war es bei den Vintage Origins ja sehr, sehr, sehr schnell vergriffen. Das kann natürlich nicht sehr, sehr, sehr hoch sein. Das weiß man halt bisher noch nicht. Und auch der Preis, da weiß man auch nicht, was kostet eine Rockon-Figur. Was natürlich bei vielen Fans und auch bei mir natürlich sehr gern gesehen wäre, wäre dieses Made-to-Order-Prinzip. Das heißt, man hat ein gewisses Zeitfenster, wo man die Figur vorbestellen kann und nach diesem Zeitfenster ist es auch zu Ende. Das wäre natürlich das Beste, aber ich hoffe mal, Mattel wird sehr schnell Infos darüber geben und ihr findet auf meiner Facebook-Seite, Giganten, das Fan-Magazin, alle weiteren Infos, aber auch denn Updates, wie nun die Bestellung bei Rockon ablaufen wird. Ja, freute euch auch, endlich mal wieder eine Vintage Origins-Figur zu bekommen. Man hat ja mittlerweile auch die Nase voll von den ganzen Varianten, egal, auch wenn die Cartoon Collection genial ist. Ich liebe die Cartoon Collection der Origins. Der Origins? Der Origins? Aber wir möchten schon wieder neue Vintage-Figuren haben. Und da stehen ja noch einige aus, nicht mehr sehr viele, aber Mattel wird natürlich, wie clever Mattel auch sein wird, diese auch strecken über das ganze Jahr und vielleicht auch nächstes Jahr hinaus. Denn viele warten auch noch auf Extender. Der ist zwar angekündigt, wird bestimmt auch dieses Jahr auch veröffentlicht werden. Dann gibt es auch noch Dragster, Mantisaur, Modulock, da warte ich drauf, Multibot. Da gibt es noch die eine oder andere Figur. Ihr könnt mir auch gerne mal unten reinschreiben, auf welche Figur ihr von den Vintage Origins sehensüchtig wartet und hofft. Ja, es wird auf alle Fälle am 16. Februar ab 18 Uhr sehr, sehr, sehr still werden in deutschen Sammler-Wohnzimmern, die die Masters gut finden. Dann ist man wirklich hinterher und sagt, hoffentlich kriegen wir eine. Und dann wird bei vielen auch die Frustration hoch sein, wenn sie keinen Rockern bekommen haben. Ich hoffe, ich bekomme einen. Wir bleiben beim Thema Origins, denn in wenigen Wochen soll es endlich soweit sein und die Origins Playset Eternia soll ausgeliefert werden. Ja, da haben ja vor knapp anderthalb Jahren ja viele, viele diskutiert im Netz. Ist das Geld das wirklich wert, dieses tolle Playset von Eternia zu kaufen? Ja oder nein? Viele haben es gemacht und ja, sie sollen nun erscheinen. Jetzt habe ich in irgendeinem Forum gelesen. Die ersten haben schon eine Versandbestätigung, aber ich habe da ein Beweis gesucht, ja, ob die wirklich Recht haben. Ich konnte bisher leider nichts feststellen, aber nichtsdestotrotz, wenige Wochen ist es bald, da ist es ja nicht mehr so lange her. Aber Mattel hat schon mal eine Verpackung zum beigefügten Gimmick bekannt gegeben, denn hier gibt es die ersten Fotos von Moti. Ja, Moti, die Monster. Das wird auch dabei sein und ja, sieht ja gar nicht so übel aus, die Verpackung. Natürlich sieht man auch Masters of Silvers, Grayskull und ja, Moti ist natürlich ein Monster, das natürlich beim Playset Eternia dabei sein wird. Ja, wie findet ihr Moti? Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie er ihn findet? Auf alle Fälle die Verpackung ist schon mal richtig episch, genial, wie alle Verpackungen bei den Masters, sei es bei den Vintage Toys, aber auch jetzt bei den Origins und natürlich auch bei Masterverse. Ja, ihr könnt mir auch gerne mal unten reinschreiben. Habt ihr das Glück gehabt, dass ihr euch das Playset Eternia der Origins holen konntet? Ja, dürft ihr gerne mal unten rein posten und wie findet ihr diese Verpackung? Das dürft ihr natürlich bei mir auch unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, und für alle Mondo-Fans gab es im Januar auch eine freudige Nachricht, denn da konnte man vom 23. bis zum 30. Januar konnte man in einem Made-to-Order-Prinzip, konnte man einen Orko bestellen. Ja, viele haben darauf gewartet, dass es auch einen Orko geben wird und dieser Orko hatte es wirklich in sich. Ja, es gab für mich, gab es einen einzig wahren Orko und das andere, ja, da muss man, da kann man sich wieder mal drüber streiten. Ja, aber gucken wir uns erst mal den Orko an, was Orko dabei hat. Zum einen gibt es noch mal Orko, so im 2000Xer-Style. Ja, ist auch nicht schlecht, aber da war Orko ja auch nie unbedingt mein Favorite. Dann gibt es noch einen Wechselkopf, verschiedene Hände, auch so ein kleines, so ein, so ein, so ein, ja, so ein Zaubertor, was will ich das nennen, einen unmaskierten Kopf von Orko. Das finde ich dann immer sehr schade, dass er damals in dem Buch The Art of Masters of the Universe, dass das mal enthüllt worden ist, wie Orko ohne Kapuze, beziehungsweise ohne Hut und ohne Tuch vom Gesicht aussieht. Dann natürlich Orko im Filmation-Style sowie Driel. Dann gibt es noch Dayma, gibt es auch noch und noch so ein Tier, wo ich das jetzt nicht weiß genau, was es ist. Und ja, es ist natürlich, also mein Favorite auf alle Fälle ist da, alles ist okay, 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 aber für mich ist auf alle Fälle hier Orko im Filmation-Style mein absoluter Favorite. Genauso wie Driel finde ich sehr gut. Auch Dayma mag ich sehr, sehr gerne. Und hier dieser düstere Orko, den kennt man ja aus der Revelation-Serie. Der ist nicht mein Ding. Also das muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich finde ihn nicht so toll. Was auch hier natürlich toll ist, es gibt natürlich auch drei verschiedene Stands in durchsichtigen Acryl. Das ist richtig cool. Aber ich muss sagen, ansonsten bin ich mit Orko einverstanden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mochtet ihr das damals auch nicht, dass man enthüllt hat, wie sieht Orko ohne Gesichtsbedeckung aus. Also ich fand das damals, oh. Es war schon, man ist ja so wie ein Voyeur. Ist so ähnlich, wenn man so an einem Unfall vorbeikommt, ja, man fährt mit dem Auto auf der Autobahn und gegenüber ist ein Unfall. Man guckt ja unwillkürlich, kocht es rüber. Ja, und dann fährt man weiter. So soll es natürlich sein. Und so ist es auch hier. Man hat damals sich das angeguckt und sagt, oh, jetzt weiß man, wie Orko aussieht. Wow. Und dann sagt man, scheiße, jetzt weiß ich, wie es aussieht. Es ist das letzte Geheimnis, ja, das relativ letzte Geheimnis noch gelüftet. Aber es gibt viele, die sich das geholt haben und ich, ja, ich hätte es auch holen sollen, aber ich habe gesagt, Mondo wird bei mir ausgeschlossen. Ich habe zwei Statuen gehabt, beziehungsweise eine habe ich noch. Skeletor. He-Man hatte ich abgegeben, diesen Ultimate He-Man. Das hatte ich euch schon mal eins in meinen Videos vorgestellt, weil ich habe da keinen richtigen Bezug zu. Sieht toll aus, stimmt. Aber man muss ja auch sich ein bisschen beschränken, erstens vom Platz und natürlich auch vom Budget. Und das Ganze würde ich auch noch sagen, falls ihr das verpasst habt, dieses Ganze hat denn 235 US-Dollar gekostet. Und das Coole war inklusive Versand nach Deutschland. Und dann gab es noch, was auch sehr, sehr schön ist. Dann gab es nämlich auch noch ein Zauberbuch von Orko mit dabei. Und ja, das finde ich eine ganz schöne Dreingabe, dass dieses noch als Zubehör mit beigefügt wird. Und ja, sieht schon richtig toll aus. Und da sieht man sogar noch mal Demar. Ja, Demar, der Kleine, wo er noch so klein und putzig war, der ist ja noch mit da drin im Set. Und hier in diesem Buch sieht man noch, wie er damals im Filmation-Cartoon mutiert ist. Eine sehr schöne Folge Demar, der Demar, der Dämon, so hieß er glaube ich, Dämon, Demar, so ungefähr hieß der Trickfilm damals von Filmation. Ich finde, das ist ein wirklich schönes Set. Und 235 US-Dollar ist jetzt nicht für eine Monde-Figur sehr, sehr, sehr teuer. Ähm, aber trotzdem, äh, man muss es nicht unbedingt haben. Aber es ist schön, dieses zu besitzen. Ja, und dann hat Mattel ja, nachdem sie zu Weihnachten, äh, letztes Jahr die vierte Master-Wars-Figur aus der Wave 12 bekannt gegeben haben, ja, das war ja Keldor, haben sie nun die Figur samt Verpackung gelüftet. Und mittlerweile haben ja einige schon, die es, äh, nicht abwarten konnte, in Amerika schon die ersten Figuren hier nach Deutschland bekommen. Und da unter allem ist es hier, wie gesagt, Keldor. Und wir wissen jetzt, Keldor aus dem Revolution-Cartoon, äh, welches miese Spiel Keldor bei der Revolution-Serie gespielt hat. Und auch diese Figur, muss ich sagen, die sah erst mal, nachdem man sie Weihnachten so, äh, so angeteasert bekommen hatte, sah gewöhnungsbedürftig aus. Aber nachdem ich das erste Unboxing dazu gesehen habe, muss ich sagen, die gefällt mir eigentlich richtig gut. Verwunderung, Verwunderung. Ich freue mich, diese zu haben. Und, ähm, ja, ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare reinposten, wie ihr hier Keldor findet. Ja, auch Keldor hat natürlich einen Wechselkopf mit dabei, auch eine Krone und natürlich auswechselbare Fäuste. Ja, auch da die, äh, Verpackung sieht natürlich richtig geil aus mit diesem Artwork. Da hat, äh, Simon Eckart Tolles geleistet. Wie immer, ja, Simon Eckart, der macht ja die meisten Masterverse, äh, Artworks seit, ich glaube, letzten oder vorletztem Jahr. Ich glaube, seit letztem Jahr, ne? Aber, nichtsdestotrotz, eine tolle Figur und wir bleiben auch beim Thema Revolution und bei unter anderem Keldor. Ja, Keldor spielte die Hauptrolle, ja, eine wirklich böse Hauptrolle unter anderem bei dem am 25. Januar gestarteten Netflix-Cartoon Masters of the Universe Revolution. Ja, wir haben ja wirklich seit Jahren sehensüchtig und auf die Fortsetzung von Revelation gewartet und wir haben denn am 25. Januar fünf Folgen dieser neuen Netflix-Serie bekommen. Ja, äh, ob es wirklich nur fünf Folgen bleiben, dazu komme ich gleich. Ich hatte ja auf meinem Kanal eine Review zu den fünf Folgen gemacht und ich kann nochmal kurz zusammenfassen, es war eine wirklich actionreiche Fortsetzung von Revelation. Ich fand, Kevin Smith hat sogar vieles, vieles verbessert. In der Serie gab es einige Easter Eggs zu sehen, ja, aus dem Filmation-Cartoon unter anderem. Aber man sah auch die Fright Zone, so wie man sie kennt, als Playset aus den 80ern. Und auch Keldor wurde in die Serie eingeführt und man war erst mal verwundert, warum gibt es Keldor und Skeletor alias Skeletech in einem Cartoon. Warum tauchen die beiden auf? Denn wir wissen ja, Keldor war, bevor er zu Skeletor geworden ist, war er ja Keldor. Also Skeletor, bevor er zu... Skeletor war ja vorher Keldor. So müsste das natürlich heißen. Da war ich wieder mal zu schnell. Ähm, aber es hat sich natürlich sehr schnell, ähm, erledigt. Das Thema, man weiß, warum es so war, äh, falls ihr die Cartoon noch nicht gesehen habt. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn man Masters-Fan ist, dass man sich dieses nicht angeschaut hat, ja. Egal, ihr könnt ja gerne mal, äh, falls ihr das nicht abwarten könnt, warum plötzlich Keldor und Skeletor in einem Cartoon zusammen aufgetaucht sind, warum das passiert ist, könnt ihr euch gerne meine Review anschauen zu, äh, zu den Revolution, ja. Kann ich gerne mal unten in der Videobeschreibung einen Videolink dazu machen. Ähm, muss ich sagen, wirklich, äh, zusammenfassend, es war wirklich eine tolle, äh, ein tolles Video. Es gab natürlich auch da Kritiker, ja. Natürlich war das, äh, zu viele Sachen wurden zusammengestampft, ja. Hordak ist aufgetaucht, unter anderem zwar nicht lange. Dann gab es noch einen Cliffhanger, ja. Ich habe es leider in meiner, in meiner Review leider falsch vermutet. Ich dachte, am Schluss taucht Shadow Viva auf, aber es war jetzt, jetzt muss ich doch ein bisschen spoilern, ein bisschen, jetzt macht ihr mal kurz den Ton weg, ja. Macht den Ton mal jetzt kurz weg, jetzt sage ich, wer es am Schluss sein könnte. Es wird sehr wahrscheinlich Adora sein. Ja, das macht ja Hoffnung auf eine Fortsetzung. Aber was hat Kevin Smith, der Produzent der Revelation und jetzt Revolution-Serie geäußert? Ja, Netflix hat irgendwelche Zahlen und, äh, es soll bei diesen fünf Folgen nur bleiben. Es wird keine Fortsetzung geben. So hat es Kevin Smith in seinem YouTube-Videoblog gesagt. Und das macht richtig traurig, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt muss man vielleicht auch vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer setzen. Vielleicht gibt es ja doch die Ambition, eine Fortsetzung zu machen. Wenn viele sich die Serie anschauen werden, und dann wird natürlich auch Netflix natürlich auf die Zahlen gucken, sagen die, oh, jetzt haben drei Zuschauer zugeguckt, dann machen wir eine Fortsetzung, ja. Vielleicht gibt es doch noch was. Aber Kevin Smith hat es erstmal abgelehnt, eine Fortsetzung zu machen, weil Netflix auch nicht dafür war wohl. Das ist richtig blöd, ja, weil der Cliffhanger, ich hoffe mal, die Leute haben jetzt mittlerweile mal den Ton wieder angemacht, die nicht gespoldert werden wollten. Sonst sitzen sie die ganzen Zeiten da und sagen, boah, der mag, der redet aber, das ist aber ein ganz langer Spoiler. Nein, ihr könnt mir anmachen. Anmachen. Ihr dürft wieder zuhören. Nicht, dass ihr bis zum Ende der Sendung da sitzt und habt keinen Ton. Nein, nein. Da hofft man jetzt wirklich, dass da eine Fortsetzung geben wird, weil wirklich die Serie kann ich empfehlen. Falls ihr noch nicht geschaut habt und ihr habt Netflix, ja, schaut euch diese fünf Folgen an. Zweieinhalb Stunden gingen so weg wie nichts. Es war wirklich ein Fest. Auch wenn es zeitweise traurig war, ja, da konnte man auch ein bisschen in sich hineinschluchzen. Aber es gab auch tolle Situationen. Und viele sagen jetzt, jetzt hat Mattel wieder eine Begründung, x Varianten von Skeletor He-Man herauszugeben. Ja, deswegen machen die sehr wahrscheinlich auch die Serien, ja, damit sie noch mehr Varianten raushauen können. Nein, nein, nein. Aber es werden tolle Figuren noch kommen. Wir wissen es ja. Ja, wie gesagt, mit Keldor ist schon mal eine gute Figur am Start. Da freue ich mich auch noch. Da ist ja auch in der Wave 12 mit drin. Battle Armor He-Man. Ja, da habe ich schon gesehen, der Kopf ist wieder, wo ich sagen könnte. Aber der Kopf ist auf alle Fälle besser als die erste Variante vom Masterverse Battle Armor He-Man. Aber da lassen wir uns auch überraschen, wenn die hier vorliegen. Wie gesagt, wie fandet ihr den Revolution Cartoon auf Netflix? Ihr dürft auch gerne unten rein kommentieren. Ja, da bin ich mal auf eure Meinung da gespannt. So, wir bleiben beim Thema Revolution. Ja, nachdem der Cartoon nun gestartet ist, hat Mattel angekündigt, eine vierteilige Comicserie zu dieser Serie auf den Markt zu bringen. Und sie konnten Dark Horse dafür gewinnen, dieses umzusetzen. Ja, das erste soll am 15. Mai 2024 erscheinen. Und natürlich hier die Bilder, die versprechen natürlich Gutes. Auch hier atemberaubende Zeichnungen. Richtig cool. Hordak hier. Schön, schön, schön finster. Im Hintergrund Skeletor mit einem Blitzeln in seinen Augenhöhlen. Ja, hier sieht man schon die ersten drei Comics, ja, die Cover. Und ich bin auch da mal gespannt. Ich hoffe mal, das Ganze wird es auch in Deutsch geben. Dazu gibt es nämlich noch gar keine Informationen. Wir vermuten erst mal das Ganze in Englisch. Klar, auch der Preis ist noch nicht kommuniziert. Auf alle Fälle lohnt es sich. Auf alle Fälle sehe ich schon mal. Und jetzt ist ja vor kurzem auch noch zu der Masterverse-Reihe sind ja da das erste Comic in Deutsch erschienen. Und dann passt es natürlich auch hierzu, dass man die Revolution noch mal als Comic-Variante veröffentlichen wird. Denn Panini Comics hatte vor einigen Tagen die Masterverse-Comics, die es schon seit einigen Monaten in den USA gibt, haben sie nun das erste hier in Deutschland in Deutsch veröffentlicht. Und der Pressetext dazu liest sich wie folgt. In den Tiefen von Schloss Greyskull beurteilen die Sorceress und Zodek den Wert von He-Man. Um das Leben ihres Helden zu retten, muss die Zauberin den Cosmic Enforcer auf eine Reise durch das Multiversum mitnehmen. Mit völlig neuen Welten und nie gesehenen He-Man. Ja, das hört sich ja so richtig cool an. Ich habe auch schon vom He-Fan gehört, ja, meinem Kamerapraktikanten. Ja, er hat sich natürlich dieses kommen lassen. Und er ist von diesem Comic richtig, richtig geflecht. Dieses Comic kommt auf einem Softcover, hat 116 Seiten. Die Storys sind die ersten vier Hefte, ja, und kosten bei Panini 14 Euro. Ich finde, der Preis ist vollkommen gerechtfertigt. Auch hier das Cover finde ich richtig cool. Und wer Masterverse liebt, wird auch dieses Comic mögen. So, wir kommen mal indirekt zurück zu den Origins. Denn es gibt ja seit Ende letzten Jahres, gibt es ja die Turtles of Greyskull. Das sind die Turtles in Form von Masters-Figuren, beziehungsweise es kann auch so heißen, die Masters in Form von Turtles gestalten. Und da hat Mattel zwei weitere Figuren bekannt gegeben und auch Produktfotos uns präsentiert. Zum einen gibt es hier Slaker, ja. Diese Figur gibt es ebenfalls, ja, auch hier ein toller Gesichtsausdruck. Und ich bin ja nicht unbedingt mit den Turtles, bin ich nicht da der Experte. Ja, der wird auch wieder der Turtles nachempfunden sein, klar. Die sieht schon ganz geil aus, denn dieser Turtle ist ein Faker. Ja, da ist die Kombination zwischen Slaker, was auch immer Slay heißt, und Kerr, Faker. Ja, die werde ich mir auf alle Fälle als Cherrypicking auch heraussuchen und kaufen natürlich. Nicht nur heraussuchen, auch kaufen, natürlich kaufen, kaufen, kaufen. Denn man kann ja wirklich nicht alles holen. Das sagte ich eben ja schon bei Mondo. Und hier auf alle Fälle in Turtles of Greyskull mache ich ja Cherrypicking. Und das finde ich gar nicht so übel, ja, ihn als Faker-Version da zu haben, ja. Ja, so, und dann gab es noch eine weitere Figur, die angeteasert worden ist. Denn auch Moseman wird zur Turtle-Figur und da hat Mattel vor einigen Tagen diese Figur samt Verpackung angeteasert. Und ja, der hat auch irgendwas. Ich vermute mal, er könnte einen Glow-in-the-Dark-Effekt haben, weil nicht jeder Turtle hat dieses. Der He-Man hatte das zum Beispiel. Das hat ihr ja vielleicht gesehen bei meinem Unboxing. Der Turtle-Seaman hatte einen Glow-in-the-Dark-Effekt, beziehungsweise der war durchsichtig, transparent. Ja, man konnte, wenn man die Rüstung abgenommen hatte und man hat eine Taschenlampe hinter seiner Brust gesetzt, da sah man auch ein Hologramm oder was. Das war so ein Zeichen, was durchsichtig war, transparent halt. Das könnte auch natürlich hier bei Moseman so sein. Der würde sehr wahrscheinlich bei mir auch in meinem Cherrypicking reinfallen. Auch hier das Artwork wieder hinreißen. Genial, Axel Jimenez hat da wieder mal was Tolles gemacht. Ja, der hat was. Moseman, obwohl das natürlich auch in Kombinationen könnte, natürlich auch Beastman sein. Wir wissen ja, Moseman, Beastman, eine Figur. Das war ja immer schon so gewesen. Da hat Mattel immer sehr schön gerepainted. Und hier sollte es auch sein, man könnte ihn in dieser grünen Fassung weg sagen, es könnte auch Beastman in grün sein, ist aber Moseman. Also man muss sagen, die Turtles of Greyskull, die sind ja immer so, wenn ich das mal gucke, bei den Kollegen, ja, die sind nicht sehr hoch im Kurs von den Klickzahlen. Aber ist ja auch unwichtig, weil das ist so eine Toiline, die polarisiert sehr stark. Das war ja zuletzt so bei der He-Man 21 Toiline so. Die einen haben sie vergöttert, die anderen haben sie verteufelt. Und so ist es ja auch bei den Turtles of Greyskull. Ich finde sie, wie gesagt, manche Figuren finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Auch schon das Artwork, die da drauf sind, aber auch die Gestaltung der Verpackung, die mag ich sehr, sehr gerne. Und die sind sehr, sehr, sehr schnieke, wenn man sie sich in ein Regal reinstellt. Aber ich gebe auch zu, es gibt auch manche Figuren davon, die sind unnötig. Ich möchte jetzt auch nicht so bewerten unbedingt, ob das unbedingt... Meine Nase juckt die ganze Zeit. Ihr merkt das, man macht das im Fernsehen eigentlich gar nicht. Man geht die nicht mit den Fingern durchs Gesicht, aber gerade juckt die Nase. Ich komme mir ein bisschen vor wie Vicky, ja. Vicky, die wurde, glaube ich, vor 50 Jahren kam Vicky ins Fernsehen. Vor 50 Jahren, müsst ihr euch mal vorstellen. Das mal nur nebenbei, ja. So ein kleiner Funfact, der gar nichts mit den Masters zu tun hat. Und Vicky machte immer so, huuuh, ja. Da gibt es auch ganz böse Gerüchte, aber egal. So, wir kommen zurück. Ja, das ist halt Geschmackssache. Ich möchte gar nicht bewerten, ob das sehr, sehr gut ist oder sehr, sehr schlecht. Das muss jeder für sich selber wissen. Grundsätzlich, was er sammelt, da muss man sich auch nie rechtfertigen. Aber wenn man einen YouTube-Kanal hat, muss man sich da manchmal gefühlt, sich da genötigt fühlen, sich zu rechtfertigen, warum man diese Toyline geholt hat oder Figuren da draus, warum man sie gut findet. Ja, gehen manche Leute, gehen einen an und sagen, warum holst du das denn? Du holst ja alles. Du hast doch gesagt, es gibt so viele Moto-Toylines. Ja, es gibt so viele, sage ich ja. Also ich persönlich habe ja gesagt, manche sagen nein, manche ja. Meine Meinung ist, es gibt wirklich so viele Toylines. Und deswegen mache ich ja jetzt Cherry-Picking. Ich hole mir jetzt auch da keine Komplettsachen wie bei der Master-Verse oder Origins-Toyline. Das auch mal zur Erklärung, weil ich das auch schon jetzt öfter gelesen habe unter den Kommentaren, auch hier bei den Turtles of Greyskyle-Reviews von mir, dass ich gesagt habe in diesem kurz aufgemerkt, es gibt so viele Master-Toylines. Das war ja nur nüchtern festgestellt und ich habe es auch begründet. Und ich habe auch nie gesagt, ich beschränke mich denn nur noch auf die Origins und den Master-Verse. Nie gesagt. Das wollte ich, das war jetzt gar nicht geplant, dass ich euch diese Ansprache hier von Auge zu Kamera mache, ja, Auge zu Kamera, ja, unter eins, vier, unter sechs Augen. Naja, habe ich nicht geplant, aber das nur noch mal zu sagen, Moosman wird es demnächst erscheinen, komme zurück als Turtles-Vigur. Und auch hier die Variante Faker von den Turtles finde ich sehr, sehr cool. Ich freue mich mega da drauf. Ihr dürft auch mal gerne unten reinschreiben, was eure Meinung ist. Sind die nie lieber nicht. Es gibt ja eine Diskussion, jeder soll das sammeln, was er möchte. So verbleiben wir jetzt mit dieser Neuigkeit. Ja, auf geht's zur nächsten. Nachdem wir eben schon Mondo hier bei den Neuigkeiten hatte, hat auch Twitter Head für 2024 etwas Tolles angekündigt. Sie haben jetzt ein, auch wenn das Bild verschwommen ist, ja, haben sie hier die Sorceress angeteasert. Ja, die Sorceress soll auch bald bei Twitter Head zur Verfügung stehen. Und da wird es auch den ein oder anderen Twitter Head Fan wirklich von den Socken hauen. Kann ich mir vorstellen, dass die Sorceress richtig cool aussehen wird. Nur wann diese zum Pre-Order freigegeben wird, ist jetzt mit dem heutigen Stand der Aufzeichnung meines Videos nicht bekannt. Genauso wenig über die Limitierung und den Preis. Ja, aber ich weiß, Twitter Head macht auch richtig gute Statuen neben Mondo und den Island Studios. Da bleiben wir mal gespannt. Und ihr findet ja, wie ich ehemals schon mal sagte, auf meiner Facebook-Seite, ja, Giganten, das Fan-Magazin, findet ihr immer die neuesten, aktuellsten Neuigkeiten. Oder wahlweise im nächsten Monat, im März, bei Giganten, das Fan-Magazin im Videomagazin von mir. Ja, Twitter Head hatte schon am 9. Januar Bilder gepostet, weitere Bilder, auch wenn sie jetzt hier zum Teil nur schwarz-weiß sind, aber Skeletor auf Pantor. Ja, dieses möchte Twitter Head ebenfalls veröffentlichen. Jetzt haben sie natürlich, was schade ist, jetzt keinen Pre-Order-Zeitpunkt bekannt gegeben. Der soll aber bald folgen. Man weiß auch leider nicht, ist es limitiert, wie hoch ist sie limitiert, die Statuen mit Skeletor und Pantor, und wie teuer. Aber der eingefleischte Twitter Head-Fan wird da drauf schon sehensüchtig wachten, ja. Wer sich die Sorceress holt, wird sich auch hier diese beiden ins Haus holen. Und ich muss sagen, Twitter Head macht ja auch wundervolle Statuen. Also ich mag das sehr, sehr gern. Auch hier, Pantor sieht schon richtig gefährlich aus. und ich schon richtig nice. Ja, aber bisher gibt es noch keine Informationen. Aber ich werde euch natürlich auf meiner Facebook-Seite oder auch hier bei YouTube auf dem Laufenden halten, wenn man diese pre-ordern kann. Gefallen euch hier Skeletor auf Pantor? Gefällt euch dieses Kombi? Postet mir auch da in die Kommentare. Jetzt muss ich, glaube ich, kurz noch mal zum Schluss noch mal kurz hier am Kaffee trinken. So, das waren nun die Neuigkeiten für den Februar. Und ich hoffe mal, für den einen oder anderen war etwas dabei. Es gibt wirklich tolle Ankündigungen, muss ich mal lassen. Auch hier der Mondo Orko ist nicht so schlecht. Ich muss sagen, der gefällt mir sogar. Manche sagen, den könnte man theoretisch noch ein bisschen umbauen. Und dann hat man noch den mächtigen Ofta aus dem fünften Masters-Offs-Universe-Hörspiel. Die Höhle des Schreckens hätte man da, weil man so entmaskiert ist, ohne Kleid, ohne Kopfbedienung etc. Das wäre der Ofta. Ja, könnte sein. Aber nichtsdestotrotz, auch hier Keldur aus der Masters-Verse-Reihe freue ich mich mega darüber. Genauso wie bei den Origins der angekündigte Rorcon. So, das soll es nun gewesen sein. Ich gebe euch noch mal kurz einen Hinweis. Denn ab heute, ja, bis morgen einschließlich, gibt es im Kulturort Dortmund, findet da die dritte Maché Noir statt. Das ist eine tolle Retro-Ausstellung, Messe, Flohmarkt etc. Da kann man aus verschiedenen Toylines seine Lieblinge kaufen, ja. Da gibt es von den Masters of the Universe Sachen zu kaufen. Bestimmt auch von den Dino Raiders, Mask, was es auch gibt. Ja, könnt ihr gerne mal vorbeikommen. Da wird sich bestimmt das ein oder andere Lieblingstoyline für euch finden. Das Ganze findet dann, wie gesagt, ab heute, dem 3. Februar bis morgen, 4. Februar in Dortmund statt. Wie gesagt, der Kulturort Dortmund, sehe ich das gerade, ja. Und das ist wirklich das Retro-Event ever. Auch ich werde, auch wenn es nur morgen, also heute ist, nicht morgen, heute, Samstag ist, werde ich vor Ort sein, auch der Puppengeist, ja, ihr wisst es ja, wir haben ja vor zwei Tagen darüber berichtet, ja, was der Puppengeist mit den Masters-Figuren gemacht hat, beziehungsweise mit den Barbie-Puppen, die dann plötzlich was mit Masters zu tun haben, abgefahrene Customs von ihm. Wir würden uns freuen, wenn wir euch da treffen würden. Also wir sind, wie gesagt, heute, Samstag, sind wir dabei. Also falls ihr das Video noch rechtzeitig geschaut habt, am 3. Februar, packt eure Sachen, kommt nach Dortmund. Ansonsten findet das Event, auch wenn es ohne uns ist, auch morgen, Sonntag, dem 4. Februar in Dortmund statt. So, da sind auch viele YouTuber zu Gast, habe ich gesehen. Der Gorminister ist da, der City, Elmar Seff, äh, was gibt es denn noch da? Da gibt es einige, die da sein werden, die da sein werden, ja. Ich würde mich freuen, euch da zu treffen. Ich bin schon total scharf darauf, euch zu sehen und ihr könnt ja auch, wenn ihr möchtet, das eine oder andere Autogramm von mir bekommen, weil ich werde da mit dem He-Fan zusammen einen Bericht drehen. Der Puppengeist wird da seine Customs vorstellen. So ist unsere Aufteilung bei BUMU TV und, äh, wie gesagt, kommt vorbei. Wir freuen uns. Wenn ihr nicht könnt, was ich auch verstehen kann, ähm, dann seht ihr ja demnächst hier auf meinem Kanal einen ausführlichen Bericht darüber. So, jetzt soll es wirklich gewesen sein. Habt einen schönen Tag, bleibt weiterhin gesund, bleibt sammelwütig und dann sehen wir uns wieder spätestens mit der März-Ausgabe von Giganten, das Fan-Magazin oder ansonsten bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Bis dahin, tschüss! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020